So, grüße euch. Dahinter seht ihr ein anderes Haus nochmal in unserem Neubaugebiet. Aber im heutigen Video zeige ich euch nochmal das andere Haus, was wir fast schon zu Ende haben. So, da gehen wir nochmal auf das Haus zu. So, da wird noch der Zaun fertig gemacht. Und ich zeige euch später nochmal einige Details mehr. Hier haben wir den Zaun jetzt neu eingesetzt. Ah, die Jungs sind noch am Arbeiten. So, da kommt die Einfahrt. Und hier die andere Seite des Zaunes, also die Vorderseite. Hier könnt ihr vielleicht den Unterschied sehen. Also hier die Vorderseite, also zur Straße hin später und hier seitlich. So, hier haben wir die Einfahrt, also kaputt. Also auch sehr gut gemacht. Das ist noch nicht zu Ende. Hier wird die Einfahrt noch fertig gemacht. So, hier der Eingang, die Mauer hinten kennt ihr schon. Und hier der Fußweg, der wird auch gerade fertig gestellt. Das Haus kennt ihr schon. Das wird jetzt etwas traurig gemacht, Ordnung gemacht, damit man nächste Woche schon eintieren kann. So, ich wollte euch damit da etwas zeigen, dass wir natürlich nicht nur schlüsselfertige Häuser bauen, sondern auch im Prinzip, falls gewünscht vom Kunden, auch den Kinscher-Bereich, also Grillbereich, was man auch hinten sehen kann. Und nachher der Swimmingpool mit Zaun drumherum, also auf Wunsch, wird nicht nur das Haus schlüsselfertig gemacht, sondern auch selbstverständlich alles drumherum, wie man es leicht erkennen kann. Das ist also diese Gehweg, also ich finde es auch schön, das ist jetzt das Haus dahinter, hier wird schon Ordnung gemacht. Hier mit dem Zaun. So, die Seite, die Terrasse könnt ihr schon im Prinzip... So, die Standardfenster, Dachrinnen, und unten wird noch der Anstrich fertig gemacht. So, hier nochmal die Haus, also die Ausricht vom Haus aus. Und es wird etwas lauter natürlich, weil die Jungs dann noch am Arbeiten sind. Swimmingpool-Bereich, hier mit der Einstiegsträte. Wie gesagt, es hat hier die letzten Tage richtig schön geregnet. Hier der Jacuzzi-Bereich mit noch Stuhlsteinen. So, ich finde es wirklich eine sehr gelungene Architektur. Und auch die Lage, das Grundstück. So, da wird noch der andere Kinscho-Bereich mit einem Steintisch. Dahinter wird immer das andere Haus, was auch nächste Woche, ab Montag, wieder die Fliesen gelegt werden. Da mache ich auch noch ein extra Video dazu. Und dahinter die Aussicht, die tolle Aussicht mit den Balmen. Die Strommasten, da zeige ich die auch aus der Nähe. Hier seht ihr im Prinzip hier noch den Grillbereich und der kleine Bar. Also es wird sehr gelungene Architektur, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier das Dach, habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Beziehungsweise Dachstuhl, also hier von innen aus gesehen. Also, falls ihr so ein Haus euch wünscht, mit vier Zimmer, in diesem Fall Swimmingpool und alles drumherum, machen wir auch all inklusiv, also nicht nur Grundstück, nicht nur das Haus Schlüsselfertig, sondern selbstverständlich auch das Ganze drumherum. Zu den Preisen sage ich ja etwas in dem Kommentar unten, unter dem Video. Weil, wie gesagt, das kann man immer noch ändern, immer noch verändern. Und was wichtig ist, die Preise ändern sich ja auch. Also, was heute, ich sage jetzt mal, 100.000 Dollar kostet, wird sicherlich in zwei, drei Monaten mit 110, 120 kosten. Deshalb, es lohnt sich doch, um die Preise jetzt zu erwähnen. In den Kommentaren kann ich da immer wieder die Preise aktualisieren. Also, bleibt dran. So, hier nochmal die andere Aussicht. Und, wie gesagt, einige Grundstücke sind noch frei, falls ihr Interesse habt. Also, weil ich euch, unsere Leistung gefehlt, einfach anrufen, Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten gebe ich wie immer unterhalb des Videos, auch in der Beschreibung. Also, da findet ihr immer die wichtigsten Informationen, also auch die Kontaktadresse. Also, falls zusätzliche Fragen auftreten bezüglich des Bauens, in Paraguay stehen wir euch selbstverständlich mit unserem ganzen Team, Bauteam, gerne zur Verfügung. Also, bleibt dran, teilt das Video, wie auch immer, an Freunde, Bekannten, auch auf Facebook, Twitter, Instagram. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.